Was ist das Immobilienmakler-Netzwerk in Österreich? Remax ist das größte Immobilienmakler-Netzwerk in Österreich. So groß wie die Nummer 2 und 3 am Immobilienmarkt zusammen. Und natürlich auch mit Abstand die bekannteste Immobilienmakler-Marke in Österreich. Also vier von fünf Österreichern kennen Remax. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, wenn man darüber nachdenkt, sich dem Remax-Netzwerk anzuschließen. Die Marke Remax ist bekannt, weil wir seit 20 Jahren daran arbeiten, sie bekannt zu machen. Selbst in Zeiten, als Remax noch unbekannt war, haben wir uns einfach aufgestellt und gesagt, was können wir tun, um diese Marke langfristig bekannt zu machen. Und das hat uns schon damals massiv von den Mitbewerbern oder den Branchenkollegen unterschieden. Von der Präsenz, von der Ausdehnung, ist Remax der größte Immobilienmakler der Welt. Das heißt, derzeit knapp 130.000 Kollegen weltweit steht uns als Geschäftspartner zur Verfügung, was letzten Endes auch dem Kunden hilft, in fast jeder Ecke der Welt zu uns zu kommen und uns zu beauftragen, seine Immobilie zu suchen oder zu verkaufen. Das Vertrauen in die Marke kommt zu meinen aus der Werbung, aber nicht nur aus der Werbung. Das kommt vor allem aus der Tätigkeit der Kollegen draußen. Und hier gilt es anzusetzen. Wir müssen versuchen, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, auf die nächste Stufe zu heben. Die Kunden müssen den Mehrwert der Immobiliendienstleistung spüren. Dann werden sie auch uns entsprechend in Anspruch nehmen. Und aus dieser positiven Dienstleistung, aus der positiven Einstellung zum Job, zum Kunden und zu den Kollegen, entsteht einfach ein positives Feeling. Und das ist mindestens so markenbildend wie die ganze Werbung rundherum. Remax ist Experte. Remax ist Partner. Remax ist zukunftsorientiert. Remax ist Marke. Demix. 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 Vielen Dank.